So, ich bin gerade unterwegs, aufhör auf Katrin, unser Hausberg, mit den Duren stehen unterwegs. Macht Spaß, schneidet. So, ich sage euch dann, wenn ich umbringe. So, jetzt sind wir hier oben. Zwei Stange begangen. War eine coole Dure. Hat sich richtig ausgezahlt. Ja, Katrin ist ungefähr 1600 Meter hoch. Ich bin jetzt ungefähr auf 1400 Meter. Da ist der Bergkosthof herum. Am Güpfiglein ist mir heute schon mal gespät und ich fahre jetzt dann wieder ins Toll und schaue, dass ich heimkomme. Alles dann, fährt euch. Ich freue mich jetzt auf eine tiefschneefahrt. Okay, tschau, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich noch nicht verschenge. So, ich bin jetzt ein Witz. Ich freue mich, also, wir fangen an. Ich freue mich jetzt zusammen. Also, ich freue mich. Ich freue mich.